online ja wir verbinden uns einfach mal alles können ja ja aber das schon mal eingestellt ist nicht dass man spieler saturn video hergestellt okay okay ist das jetzt gut schlecht weißt so die freunde anstätigen die liebe gegner anstätigen die zuschauen erobern erobern der oberung trage zur oberung bei zurück in den 80er messer schön beliebige gegner lenke keine ahnung ich will es mal ausprobieren ich will es einfach mal ausprobieren einfach mal gucken was das ist die regeln einfach mal nicht so warum sieht das jetzt so komisch aus muss ich das jetzt verstehen check das nicht ich verstehe jetzt nicht warum das jetzt nicht so komisch aussieht ich verstehe jetzt nicht die nehmen einfach mal die nehmen einfach mal ich habe keine ahnung die nehmen einfach mal quajutsu ich habe keine ahnung wenn ja dann ist cool wenn nein dann ist es auch nicht schlimm das ist auch eine aufgabe gewinne im online modus ist keine ahnung wenn ja dann ist cool wenn nein dann ist es auch nicht schlimm andere spieler sind zumindest alle bereit und im on auch ja im on bin ich ja also falls ihr das wissen wollt gucken wir mal ok es ist halt nun mal ein smash so und tschüss kabam alleine weil damit überführen ja ich trete auch noch dagegen es ist Tom ey dumm 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 aber Ludwig ist dabei das der punch duo und ich glaube ich bin gerade runtergefallen ich habe auch keine ahnung worüber wir haben so wahrscheinlich bin ich echt runtergesprungen gerade ne ich glaube schon oh 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 ja das auto in der Mitte Und, na, Ludwig schlägt sich hier relativ gut. Andersrum, ich bin hier gerade... Wow, extrem schlecht. Ich glaube, wir sind letzter. Ich glaube, nur, wenn ich mitgezählt habe, müssten wir letzter sein. Ja, sind wir auch. Wir sind letzter. Gut, weiß ich zumindest Bescheid, dass der Online-Modus doch ganz okay ist. Aber dass ich mich hier doch ganz schreckt. Ja, wir verlassen den Kamm. Gut. Hart auf hart. Gucken wir mal, was das ist. Hart auf hart Smash. Wir müssen halt mit Kwayotsu das üben. Ich habe immer gesagt, dass ich mich auch trainieren, mit Kwayotsu was wird. Und deswegen muss ich leider mit dem Training trainieren. Spielspruch-Pumpe. Okay. Okay. So, als nächstes geht es gegen diese beiden hier. Bestimmt kennen sie mich hier nicht. Gegen die drei. Ich wette, die kennen mich nicht. Warum kriege ich jetzt noch nicht die Gegner? Ich zeige es mir hier sogar an. Schöne Sache. Ich glaube, normalerweise die anderen Let's Player. Ich weiß gar nicht. Ich gucke das ja von ihnen an. Ich glaube, bei den anderen ist es so, dass sie das hier rausschneiden. Einfach weil sie es können. Ich glaube, wie viel besser. Ich mache, weil ich das nicht. Ich glaube, es geht nicht. So. Okay. So, dann gehen wir los, ne? Null Sekunden. Also los geht's, würde ich sagen. Wie? Es geht... Ich glaube, deswegen schneiden die Leute nicht raus. Aber dafür können wir hier einen schönen Fight gucken. Wenn das jetzt so später klappt, dann ist alles gut. Gegen Kwayutsu. Und Kwayutsu. Wir müssen da irgendwie eine Taktik unterstellen. Wow. Was ist das denn? Was ist das denn? Anstand? Warum treten immer welche raus? Und Delegator? Warum Delegator? Ey, das ist doch alles crazy. Ist das doch alles. Der hat mich da noch schön runtergekriegt, ne? So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt sehen wir heute hier einen Kwayutsu-Duell. Allerfeinds. Nächste Minute, ne? Dankeschön. Dankeschön. Es geht weiter. Gegen Bowser, Bowser und... Alter, Walter. Bowser gegen Bowser. So, und dann gehen wir jetzt mit unserem Kwayutsu, ne? Das Bowsertuell. Wow. Nee, das sollten wir lassen. Das Bowsertuell. Das Bowsertuell. Das Bowsertuell. Das Bowsertuell. Ich weiß nicht. Aber die Nummer 2 ist hier schon ganz schön gefährlich. Sollen wir hier schon... Sollen wir... Sollen wir gehen machen. Ich hab den Punkt gekriegt. Ha, ha, ha. Ich hab den Punkt gekriegt. Ich hab den Punkt gekriegt. Ja, du bist ich, du. Schön. Nö. Da verteidigen wir jetzt mal. Ich bleib mal jetzt hier ganz Friendly Fire Modus. Ah. So, wir fliegen einfach mal. Wir führen ja nicht. Wow. Aber ich glaub, wir sind das leichteste Opfer hier von allen. Ja, weil wir am leichtesten sind. So. Wow. Das war knapp. War zu schnell fast. Und Jess. Wir fliegen jetzt einfach mal von den Bowsertuellen. Ja. Wow. Ja, das war schlecht. Das war schlecht. Gut gesprungen. Schlecht gemacht, würd ich mal sagen. So. Oder so. Ist auch eine gute Option. Ist auch eine gute Hauptsache. Ja. Und wir haben gewonnen. Das gibt's nicht. Unglaublich. Nein, haben wir nicht. Schade. Egal. Ist egal. Ist mir sowas von egal. Wir sind Zweiter geworden. Nicht Letzter. Das ist die Hauptsache. Aber der Zweite, ne. Der Zweite Spieler. Der Bowser 2, ne. Der hat ja eigentlich den ganzen Job gemacht. Im Endeffekt. Der hat ja nichts weiter gemacht, als diesen ganzen Job. Ja, sehr nice. Wir haben bislang nichts gewonnen. Das macht auch nichts. Wir haben noch nie mal einen Blumenkopf gewonnen. Aber das macht nichts, würde ich sagen. Wir haben jetzt zehn Kämpfe bestritten. Hör, ne. Und echt zehn Trifte ist bestritten. Okay. Und dafür kriegen wir den Wort. Gut. Vor allem. Oder steht das jetzt hier? Ich bin jetzt hier in der Statistik. Das möchte ich mal wissen. Wenn du welches dieses Statistiken hatte ich ja schon öfter gesagt, ich bin cool, der Fan davon. So, war der Mutis. Ulo. Das ist so. Das ist so. Ne. Die und vielleicht. Das ist so. Ne, war mal. Äh, 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 äh. Ähm, äh, 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 äh. Weil da war ja schon heute einiges los, ne? Bumserkampf und so. Online-Spielen heute mal. Hm. Meilensteine ist das, ne, bitte? Ne, Meilensteine ist ja nur das, was hier zu sehen ist. Das, wenn du hier seht. Das hier. Das sind die Meilensteine, die die Welt bedeuten oder auch nicht. Weitere Modis. Äh, äh. Truhe. Statistiken. Einfach Statistiken. Wenn fällen. Entfände ich fällen. Ja. Okay, die K.O.s, die zählen dazu. Offline-Gesamt. Online. Haha, so sieht's aus. Sehr schön. Gut. Wenn wir echt mal auch so was machen, wir nicht mit Münstgampf und so. Spielstatistiken. Wir haben dieses Spiel schon siebenmal gestartet. Das ist schön. Ähm. Betriebszeit. Sieben Stunden. Ich bin bald bei den Zehn. Weiß gar nicht, ob ihr jetzt in zehn Stunden schon guckt. Ich glaubt nicht. So. Zehn Strecke haben wir bestritten. Check ihr alles nicht. Ich brauche ja alles nicht checken. Ich glaube, das ist schon so in Ordnung, wie es jetzt ist. Gut, dann war's das für heute, für jetzt erstmal. Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit dem Entscheid. Und wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht, dann bing, dann bist du's, ja. Ähm. Bis dann, macht's gut.